Mit Gina Niemeyer. Hallo und herzlich willkommen zu unserer gemeinsamen halben Stunde. Ja, und eins kann ich Ihnen sagen, bei uns zu Hause ist Alarm, wenn ein Kind hustet oder niest oder einer von uns, nicht wegen der Erkältung, sondern wegen der Folgen in Kita, Schule, Job. Und deswegen trifft die frühe Erkältungswelle in diesem Jahr mal wieder, besonders die Familien, die jetzt zu Tausenden in den Arztpraxen sitzen und checken lassen müssen, Corona ist notiert. Und der Termin natürlich auch, die Wahl steht an am Sonntag für den neuen Bundestag. Und der sieht ja in der Regel so aus, weiß, männlich und über 40. Auch bei uns im Bergischen sind von 63 Direktkandidierenden nur 17 Frauen und nur 9 haben so vom Namen her so ein bisschen eine Zuwanderungsgeschichte in der Familie. Und trotzdem wollen diese Politiker und Politikerinnen alle Menschen vertreten. Schwierig. Deswegen haben sich einige Parteien jetzt ganz bewusst auf die Fahne geschrieben, diverser zu werden. Aber nochmal stolze 22 Grad. Nicht schlecht. Wetter wird super, aber morgen Abend sind Sie bitte trotzdem wieder am Start hier. 18.10 Uhr, 19.30 Uhr. Und wenn Sie vorher mal so ein bisschen Nachrichtenhunger haben, immer um halb melden sich unsere Kollegen auf WDR 2 mit der Radiolokalzeit. Jetzt schnell rüber zu unseren Kollegen von der Tagesschau. Bis morgen. Ciao. Ciao.